18 uhr finale von batman akama asylum ich bin was gut danke dass eingeschaltet hast und wie ich gestern versprochen habe wird heute also ich gehe mal stark ich wette mit euch dass das jetzt final ist ich weiß es nicht aber ich bin mir ziemlich sicher im visitor center steigt nämlich die fette party joker nannte das schon letzte party danke dass du mich eingeladen hat weil ich verprüge euch erstmal weil ich einfach eine unfreundliche türsteher hau den weg darf ich nicht rein oder was war ich bin noch eingeladen mein freund erst mal hier aufwärmen gegen ich glaube vielleicht geht es gegen joker also geht auf jeden fall gegen irgendwas was mit titan behandelt wurde ob es der joker selber ist ob es ein titan und nicht irgendein titanmonster ich will nicht mit euch feiern ja ich hätte ich glaube ich alle einfach überleben lassen können aber ich will nicht danke dass du mir so einen schönen empfang bereitet aber es ist wie sie alle zuschauen wir wollen uns nicht schlagen doch ihr wollt euch schlagen weil ich das will ich glaube man hätte echt einfach durchlaufen können aber fuck bis dafür sind wir bad man ich dass er nicht die ver... außerdem will ich... ey wie liegt denn der eine da am boden außerdem will ich hier einfach mal für recht und ordnung sorgen zack krack oh fuck meine kombo zerstört pam 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 na alle... ok mach das hier mach das mach das so zack da bin ich mir nicht so sicher ob du mich noch zerlegst mein freund puh haha ok ok joker oh what the fuck verschlossen ich dachte joker will dass sie auf die party kommen what ähm warum sind in diesem spiel so gut wie alle türen blockiert also warum ist das verschlossen hat joker und sich eingeladen ähm ok das verwirrt mich gerade ein bisschen ist wirklich in dem spiel sehr auffällig ich glaube jede zweite tür ist wo sind wir denn jetzt gelandet hä ähm hier waren wir schon mal warum bist du aufgeregt bad man ich meine wir haben die ganze nacht darauf hingearbeitet sag mir nicht dass du dich nicht darauf gefreut hast ich schon ich war außer mir vor freude überraschung lol alle meinten immer ich solle zum fernsing das willst du nicht verpassen echt das wird ein kracher 4 9 das ist ne bombe 8 7 6 4 3 2 1 es war so klar es war so klar war der ton hör auf alter ich setze gleich meine kopfhörer ab alter ich setze gleich meine kopfhörer ab alter kannst du mal aufhören ist das eklig ich hasse den oh mein gott hat 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 wieso hast du bad man nicht gestoppt ich es war dein plan du alberner clown ich schicke dich zurück zu dem bauchredner wo du hingehörst Du musstest alles kaputt machen, oder? Bane zusammenschlagen, Scarecrow an Krog verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist, und alle meine schönen Venom-Pflanzen ruinieren. Es ist vorbei, Joker. Vorbei? Wieso, mein Lieber, vom wahnbesessener Dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal angefangen. Okay, ich hab's euch gesagt, der Endfight beginnt jetzt. Oh mein Gott. Alter, das sind zwei Riesenbrocken. Komm, wie mach ich die jetzt? Kommen die auch angerannt? Da kommt ein Angerannt. Oh mein Gott. Alter, warte mal. Erstmal die Kleinen, die nerven. Die Kleinen hier nerven. Ich muss mit dem Batter... Oh, da kommt der, da kommt ein Battering. Battering! Ich kann nicht mal ausweichen, ey. Bam, bam, bam. Ich muss auf den anderen aufpassen. Alter, what? Das ist so ätzend, wenn die Kleinen nicht wären. Dann wäre das ja alles eine schöne Sache. Okay, kommt. Na, kommt. Na, kommt auch schon wieder angerannt. Jetzt war ich aber aus. Okay, alles klar. Dann jetzt... Hör auf, mich zu schlagen. Der... Ich komm gar nicht dazu, ihn hier zu schlagen, den ich eigentlich schlagen will. So, bam. So, jetzt sind die Kleinen weg, oder? Dann werf die mal ein bisschen ab hier. Der wirft was auf mich. Oh, schau mal, er ist... Er ist genommen. Ich kann ihn reiten. Oh mein Gott. Waren das? Sind das eigentlich... Lol, das waren Cops früher. Bis die mit Titanenbehandlung wurden. Alter Vater, ey, der schlägt mich. Bam. So, jetzt schläge ich dich. Das waren echt zwei Cops. Alter, das ist krass. Huch, huch, huch. Da kommen wir angerannt. Beide. Okay, einer. Komm, rennen. Ist sehr schön, bist du gegen die Bank gerannt. Kommt der andere auch noch? Ich seh ihn nicht, ich seh... Okay, taue mal ein bisschen rum. Okay, ich kann... Oh. Das ist der Nächste. Oh, lol. Was? Die alle auch noch? Ist klar. Ist klar. Erstmal den Großen. Ich geh auf den Großen. Erf mal auf den Großen. Oh Gott, das war schon. Alter, ich muss wieder... Oh, fuck. Schaut mich nicht so an. Da kommt der angerannt. Aber die schlagen zum Glück ihre eigenen Leute auch ziemlich... Da oben ist einer. Schau mal, da oben steht einer. Alter. Komm, renn auf mich zu. Nicht du. Ich meine nicht du. Da. Da. Auf. Okay. Alles klar. Da kommt sein Kumpel angerannt. Alles klar. Oh. Nicht schön. Nicht schön, was du da machst. Und was ich hier mache, ist auch nicht schön. Okay, werf das auf mich. Alles klar, verfehlt. Alter, hat der einen abbekommen. Der ist tot. Oh, fuck. Okay, der andere. Oh, er ist... Er ist benommen. Er ist benommen. Wir können ihn wieder besteigen. Keinen perversen Gedanken, Leute. Zack. Okay. Drauf da. Und jetzt... Bam. Riese gegen Riese. Zack. Zack. Ey, die können aber auch echt... Jetzt ist der andere wieder dran. Der andere. Der da. Ach Gott, da kommen schon wieder die ganzen... Wer steigt hier freiwillig in den Ring? Ich meine... Nein, da ist es... Okay, komm jetzt... Jetzt... Es geht auch so kurz, ne? Pam. Oh. Oh no. Okay. Erledige ihn. Erledige ihn. Wer rennt auf mich zu? Wer will? Von den Großen. Nicht ihr. Ey, die sind einfach nervig hier. Da. Pah, mein Freund. Ich glaube, der andere rennt auf mich zu. Der andere rennt auf mich zu. Oh. Nicht schlagen. Alter, ist das ein... Asozialer Kampf. Na komm, wer von euch beiden? Du da? Alles klar. Für dich habe ich das ganz schön. Das ist ein Bat-Ring. So, jetzt rennt er wieder schön gegen die Wand. Ist er benommen? Ich hoffe es. Er ist down. Er ist down. Er ist down. Okay, ich... Okay, ich werde keine noch finishen. Pam. Was wäre passiert, wenn ich ihn nicht gefinisht hätte? Wäre dann... Oh mein Gott. Bat-Ring. Okay, wir sehen nur noch wir beide, mein Freund. Nur noch wir beide. Und da oben schaut Joker das Spektakel schön in Ruhe an. Ich fand es übrigens voll geil, wie er den Fernseher runterknoppt. Das war ziemlich geil. Okay, komm. Pam. In deinen Kopf. Renn schön. Oh, das tut weh. Das tut weh und das ist ein Ende. Tja. Okay, Joker. Wir können weiterreden. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund der Kommissioner Gott. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir aufpeppen. Nein! Batman! Raus damit! What? Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht ernst. Komm schon, gib auf. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache. Kitzel, kitzel. Du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast Monate der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen. Und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist. Während du blutend in einer Ecke vor dich hinkicherst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Moment, Moment. Was passiert hier gerade? Das Personal unterliegt der Gewalt der randalierenden Insassen. Vor zehn Minuten haben wir diese aufgezeichnete Nachricht erhalten. Schöne Grüße, Gotham. Hier ist Joker. Arkham gehört mir. Wann schon werde ich dem unsagbaren Wahnsinn auf den Straßen Gothams frei laufen lassen. Aber richtet eure Augen zuerst auf die Hausdächer. Und werdet Zeuge der endgültigen Zerstörung eures geliebten dunklen Ritters. Wir haben den Turm umkreis seit... Warten Sie, da! Joker führt seine Aktion durch! Ha! Ha, 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 ha! Oh! Oh! Showtime, Batman! Gib den Trümpeln, Bats! Ob wir was sie quatschen können! Hä? Zwei Freaks in einem Kampf auf Leben und Tod! Und nur für eine einzige Nacht! Heißen Sie bitte unseren außergewöhnlichen Gassenschiedsrichter! Bekommen! Das ist der einzige Weg, mich zu schlagen! Du weißt, du willst es! Niemals! Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwendet? Na, das ist doch mal witzig! Ha, 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 ha! Sehr witzig! Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdommen! Dafür werde ich Arken mit deinem Blut bemalen! Let's get ready! Alter! Was? Gib mir erst ein Upgrade! What the fuck? Joker spritzt sich selber Titan und sieht ultra krass aus! Ach du Scheiße! Okay, den jetzt besiegen! Wie soll das gehen? Rennt der auch auf mich zu oder... Oh, was? Alter, lass mich! Werf Bad Ranks! Ähm... Okay, warte, ich muss erst mal eine Taktik rausfinden! Ich darf die... Entschuldige mich, Bert! Okay, jetzt! Okay! Schickt jetzt eine Leute runter! Nehme ich mal an! Kommt rein, Jungs! Ich habe ihn schon für euch weitgekommen! Oh, ja! Du hast mich kein einziges Mal getroffen, Joker! Und ihr werdet das auch nicht tun! Pam! Alter, wenn du dich gegen die... Bat-Rank? Warte, warum schneller Bat-Rank? Warum soll ich schnell Bat-Rank aktivieren? Das check ich nicht! Das steht da die ganze Zeit! Aber ich check nicht, für was? Auf die Leute oder? Also auf Joker kann ich nicht... Neh, keine Ahnung, was die damit wollen! Oh, da hat er mich getroffen! Du treffst dich aber nicht! Ach, die kleinen Spass ist wieder alt! Da sind Bomben wieder! Auf mich zulaufen! Okay! Jetzt check ich das! Alles klar! Oh mein Gott! Ich muss mich übelst konzentrieren, Leute! Da, er wirft wieder... Er wirft wieder eine Bombe runter! Wo ist sie? Wo landet sie? Aber da kommt sie! Da kommt sie! Alter! Batman gibt Gas und ein Finisher! Man muss aber eigentlich einfach nur ausweichen! Das reicht schon! So, das sind drei, zwei letzten Leute! Da! Ne, Joker, dann muss ich schon wieder selber runterkommen! Schauen wir mal, wie er da posiert! Schaut euch das an! Alter, der sieht so geil aus! Er sieht so krank geil aus! Es ist übelst geil! Gefällt mir richtig gut! Werf auf ihn! Okay, komm runter, Joker! Was sagt denn der Detektiv? Wir glauben, sind irgendwelche Bomben oder so? Äh, Joker, kommst du mal selber bitte runter, wenn ich dir mal Schaden machen kann? Oder was soll das? Wie lang... Schau, wie da oben posiert! Schaut euch den Joker an! Ich kann's leider nicht machen, aber schaut ihn euch an! Oh! Noch mehr Helikopter! Oh! Wie aufregend! Ähm... Joker, du hast genug geredet! Runter mit dir! Jetzt kämpfst du mal wieder gegen mich! One on one! Joker vs. Batman! Was heißt Joker? Titan Joker! Crazy! Fuck! Titan Joker! Okay, schlag ihn! Schlag ihn! Schlag ihn! Schlag ihn! Pa! Oh, 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 oh! Das ist böse! Alter, den ganzen Balken abgezogen! Okay, so ist die Taktik! Ausweichen! Warten, bis seine Freunde kommen! Ihn mit der Batgirl runterziehen! Und ihn einfach verbrüchen! Alles klar! Deutlich geilerer Kampf! Als in Arkham Origins! Das war ein richtig schlechter Kampf! Aber der in Arkham City war... Was hat das eigentlich mit mir? Das weiß ich gar nicht mehr! Ach doch! In Clayface! Glaube ich, war der letzte Kampf! Oder? War der ziemlich geil! Irgendwo einer, der war ziemlich fett! Oh, warte! Das sind noch welche... Das sind noch andere Gegner! Welche mit so einer Rüstung! Alter, warte, warte, warte! Einfach... Muss die einfach nur gegen so eine... Oh, da kommt schon wieder so eine Bombe! Muss die eigentlich einfach nur gegen so eine Wand kicken! Und dann brutzeln die da einfach kaputt! Das ist voll geil! Wenn ich die also werfe... So, wie den da! Gegen die Wand! Gegen die Wand! Dann brutzelt der da weg! Wie geil! Ah, komm, der hat eine Panzerung! Das erkennt man irgendwie gar nicht! Das haben sie in einem neuen Teil besser gemacht! Oh, das ist wieder so ein kleines Ding! Werf den da! Werf ihn dagegen! Oh, komm! Ich hab die Tasse gedrückt! So! Wer liegt da noch? Noch eine... Noch eine Welle? Noch mehr Nachrichten, Hubschrauber? Für so einen alten Typen wie mich? Das schmeichelt mir! Der schickt bestimmt noch andere Titanen-Monster rein! Also, da setz ich einen drauf! Kommt rein, Jungs! Und? Macht ihn für mich fertig! Okay, ganz viele Normalos! Einer mit Panzerung! Das war's! Ja! 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 Ich lebe da an der Wand! Dass hier so ein Fliegen gibt! Das ist voll geil! Weißt du, was ich jetzt zu denen da mache? Oder? Schön gegen die Wand! Oh Gott! Der da! Komm wieder runter und aufzulabern, mein Freund! Du siehst so cool aus! Aber ich muss dich leider... Ja! Dass der da auch nicht drauf reagiert, ne? Okay, rennen, Batman! Pam! 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 Oh yeah! Es läuft! Wir haben noch genug Life! Da muss er jetzt schon ordentlich was auftrumpfen, damit wir noch sterben! Er rennt auch nicht, ne? Alter! Ich... Nö, ich bring dich zum Weinen! Weil ich dich besiegen werde, Leute! Warum kämpfst du nicht gegen mich, du feige Stückscheiße? Du langweilst mich, Betz! Du langweilst mich, Betz! Du langweilst mich, Betz! Wemört euch um ihn, Jungs! Okay! Wieder ganz viel Normalos! Keine! Schauen wir die selber auch schon... Komm, werf die gegen das Gitter! Alles klar! Da liegt ne Waffe! Achso, die droppen auch! Es droppen auch Waffen! Alles abgefahren! Oh, der holt sich ne Waffe! Das ist nicht vereinbart! Schau mal, der hat sich... Der holt sich auch eine! Werft ja auch wieder gegen so ein Gitter! Der hat sich ne Waffe geholt! Der hat sich ne Waffe geholt! So nicht! So! Oh, das ist so ein Sprengding! Dass es nicht in die Luft geht! Dass es wartet! Okay, da ist das... Okay, jetzt... Wie geil, Alter! Diese ganze Geschenke für die... Oh, fuck! Zack! Da ist schon wieder so ein kleines Gebiss! Pass auf! Batman... Ah! So! Haben Sie auch meine Schokoladenseite? Besser wär's! Kann ich ihn runterziehen? Ich kann ihn jetzt schon runterziehen! Okay, komm runter! Komm runter! Was ist das? Was ist das mit dem Kampf, haben wir Joker jetzt besiegt? Komm, komm! Oh, lol! Was? Okay, das war's natürlich noch nicht! Ich kann's vertragen! Ich kann alles einstecken, was du austeilst! Spatz! Du kannst mich nicht besiegen! Ich werde gewinnen! Bereit zur nächsten Runde? Immer! Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen! Niemals! Wie geil war das! Bitte! Dad! Ich war so besorgt! Mir geht's gut, Barbara! Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt! Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie's aussieht, dauert das! Alle Superverbrecher sind wieder in Haft! Ach, da drin herrscht ein ganz schönes Chaos! Und die durch das Venom verändernden Insassen werden wieder normal! Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft wird! Und Dad, wie geht's dir? Ich überlebe's! Wir sehen uns heut Nacht, Barbara! Blöde Sache, das mit deinem Auto! Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim! Ich komm alleine klar! Ruhe dich aus! Du verdienst es! Sei vorsichtig, Jim! Wir haben zwei Polizisten ausgeschaltet. Wir haben nicht den Gericht in Ihrem Polizei. Hell yeah! Rocksteady! Ich liebe euch. Das war Batman Created by Bob Kane. Alter, es war unfassbar geil. Es war richtig geil. Ich bleib dabei. Arkham City ist mein absolutes Lieblingsspiel bis dato. Aber Arkham Asylum. Richtig gut. Das kommt sehr nah ran. Aber ich finde, Arkham City hat alles gemacht, was Arkham Asylum gemacht hat, nur besser. Arkham Origins hat mich enttäuscht. Aber Arkham Asylum war richtig, richtig gut. Und Arkham... Ich bin so heiß auf Arkham Knight jetzt. Wir haben uns vorbereitet, Leute. Ich hab das Spiel nach vorne, glaub ich, drei Tagen durchgezockt. Ähm, das ging ungefähr acht Stunden, neun Stunden. Also eine schöne Länge. Könnte länger gehen, aber ich find's okay, wenn die Länge so ist. Ähm, stört mich jetzt gar nicht. Das war schön, schnell. Ein paar Stellen fand ich ein bisschen... Ich mach die Musik hier leiser. Moment. Ein paar Stellen, muss ich sagen, fand ich nicht so gut. Wie zum Beispiel dieses, ähm, dass du teilweise Level halt immer wieder betreten hast. Das hattest du bei Arkham City fast gar nicht. Äh, das Freeze Labor hat man vielleicht zweimal betreten. Ähm, das war alles wirklich immer nur ein Gebäude für eine Mission, meistens. Und hier hat sich das ja ein bisschen wiederholt, weil es waren im Prinzip nur... Ups, jetzt hab ich's übersprungen. Oh, was kommt hier noch? Okay, ich hab... Okay. Titan. Oh! Krokult sich das Titan. Okay, geil. Glückwunsch, hast du den gepanzerten Bat-Suit für den Herausforderungsmodus freigeschaltet. Abgefahrener Scheiß. Ähm, ja, es gibt hier noch zig Sachen. Die werden wir uns vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob ich hier... Können wir das mal ganz kurz... Ich will eigentlich nochmal die Credits durchgehen lassen. Wie geht das? Während ich da noch ein bisschen drüber laber? Oder eigentlich... Ja, komm, egal. Das sind dieselben... Das ist... Ich sag's mal so, alle Leute, die das Spiel gemacht haben, sind awesome. Danke für dieses Spiel. Danke, Rocksteady. Das Spiel war richtig nice. Das ist... Richtig geil. Es freut mich einfach, dass es endlich eine Firma schafft, die Superhelden... Oder, naja, ja, Batman ist im Prinzip kein Superheld. Ich weiß. Aber er ist ein Held. Ähm, wirklich da was draus zu machen. Es gibt so viele Helden, zu denen ich gerne ein Spiel hätte. Aber niemand traut sich, weil... Weiß ich nicht warum. Das weiß ich auch nicht genau, warum. Aber awesome. War richtig geil. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns spätestens zur Arkham Knight. Ich glaube, ich werde davor nochmal Arkham Origins einschmeißen. Ähm, und da einfach nur Herausforderungsmodus zocken. Weil der richtig geil ist. Und wir können ein bisschen üben, das Kampfsystem nochmal üben. Und... Und einfach vorbereiten auf Arkham Knight. Ich bin heiß. Ich freue mich drauf. Das Spiel war awesome. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Zur Arkham Knight. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.